Das beste Gun-Game in Minecraft? Bei uns auf State-NC gibt es ein Gun-Game welches man so noch nie gesehen hat. Mit unseren realistischen Waffen ist Gun-Game ein völlig neues Spielerlebnis. Für die Leute die Gun-Game nicht kennen, kurz erklärt. In Gun-Game bekommt man nach jedem Kill eine neue Waffe. Es geht darum jede Waffe durchzuspielen, bis man schlussendlich den finalen Kill mit dem Baseballschläger macht. Wer bei uns so weit kommt, wird mit 100 Coins belohnt. Wie findet ihr unsere Version von Gun-Game? Schreibt's in die Kommentare!